Zu ihr gehört doch erstens festzustellen, dass wir ein weltoffenes Land sind, das Einwanderung braucht. Man kann doch nicht Flüchtlinge gegen Fachkräfte ausspielen, das sind völlig verschiedene Paar Schuh. Deshalb brauchen wir nicht eine Zusammenstellung der bisherigen gesetzlichen Regeln in einem Einwanderungsgesetzbuch, wie es jetzt beabsichtigt ist, sondern wir brauchen die klarere rechtliche Unterscheidung zwischen Asylberechtigten, die individuell verfolgt sind, Flüchtlingen, die nicht individuell verfolgt sind, aber vor Not, vor Krieg, vor Naturkatastrophen fliehen und zeitweilig bei uns Schutz erhalten, zwischen qualifizierten Einwanderern, denen wir uns aussuchen und denen, auf die nichts davon zutrifft, die deshalb schnellstmöglich in die alte Heimat zurückgeschickt werden müssen. Diese rechtlich klare Unterscheidung fehlt. Sie macht aber den Unterschied aus, zwischen Ländern wie Kanada, die Einwanderung als eine Chance begreifen und Zustimmung in ihrer Gesellschaft zur Einwanderung organisiert haben, weil die Menschen sich auf Regeln und geordnete Verfahren verlassen können. Und das muss das Ziel auch für Deutschland sein.